ich habe mir gerade auf youtube einige videos zum thema toms stimmen angeschaut das scheint sehr kompliziert zeitaufwendig und nur mit ganz viel erfahrung möglich zu sein und überhaupt zu funktionieren in diesem video zeige ich dir einen weg wie du einfach und schnell von hier nach hier kommst oder dahin du brauchst dazu nur einen handelsüblichen stimmschlüssel erst egal welcher ein drumstick wenn du zur hand hast ein soft mallet hier mit so einem weichen filzkopf kommen wir später drauf ich benutze gern hier ein hocker wo ich also das tom aufstellen kann drehen kann gut hantieren kann und natürlich ein tom noch ein paar kurze infos was ich hier verwende weil es einfach wichtig ist als hintergrundwissen du siehst ich habe hier keinen tom abgeschraubt von meinem drum set sondern ich habe hier ganz bewusst mal ein tom von einem einsteiger schlagzeug hier abgebaut und zwar ist das ein älteres basics schlagzeug da ist absolut nichts falsch dran das hat neu mal wahrscheinlich irgendwann zwischen drei und vierhundert euro gekostet einfach um dir zu zeigen dass es eigentlich mit jedem tom aus jedem schlagzeug funktioniert und nicht teurer sein muss 80 bis 90 prozent des drum sounds kommt so aus den fällen und das ist das nächste stichwort sowas sollte man eigentlich natürlich immer mit neuen fällen machen die klingen am besten die lassen sich am besten stimmen aber man hat natürlich nicht immer neue fälle und wenn du irgendwo an ein anderes schlagzeug kommst oder in den program was gestimmt werden muss dann sind meist auch keine neuen fälle drauf ich habe hier zwei fälle die schon mal auf schlagzeugen drauf waren das hier oben ist also ein resonanz feld das original sona hier was mal auf meinem tram set ursprünglich drauf war das ist also nicht bespielt aber einfach schon älter und war unten schon bespannt das ist übrigens weil hier immer wieder die fragen auftauchen bei sona ein ganz normales ambassador clear was auch remo hersteller steht hier auch drauf einfach nur mit dem anderen logo und unten drauf habe ich das original basics fell also ein no name fell kein markenfell auch einlagig möglicherweise etwas dünner als das markenfell von remo aber auch einlage ich klar unten auch das habe ich einfach drauf gelassen die haben keine beschädigungen sind aber einfach schon etwas älter und wir schauen was können wir draus machen das was ich jetzt zeige funktioniert aber auch mit allen anderen fällen also doppellagig coded version dämpfungsrand nur diese einlagigen haben den klarsten ton die meisten obertöne einfach dass wir es jetzt gut hier hören ich habe ein extra micro aufgebaut und wir können es auch gut sehen was ich gleich mache wir nehmen erstmal hier die stimmschrauben und machen sie alle wie man das so schön sagt finger teilt also alles ist hier komplett locker was ist eigentlich finger teilt also oft wird hier schon der fehler gemacht dass eben zu fest gedreht wird ebenso fest wie ich mit den fingern kann aber das ist damit nicht gemeint sondern wir brauchen hier das so dass wir also einfach die schrauben so weit rein drehen mit den fingern bis sie greifen also bis sie auf dem spannreifen aufliegen und nicht mehr denn das brauchen wir für den nächsten schritt also so wie du nach einem fell wechsel den spannreifen drauf nimmst und finger teilt wie besprochen oder auch wenn du mit dem tuning von 0 nochmal starten willst also wenn du das jetzt aber mit deinem tom mit deinen fällen die du jetzt drauf hast machen möchtest dann dreh einfach alles locker und die stimmschrauben so weit rein bis sie gerade eben anliegen jetzt nehme ich den zeigefinger und mittelfinger meiner linken hand und drücke in der mitte das fell nach unten du siehst dass jetzt hier also falten entstehen wie viel druck du ausüben musst ist wirklich so eine erfahrungssache also ich weiß schon relativ genau dadurch dass ich schon öfters gemacht habe wie viel muss ich hier drücken um später welches ergebnis als stattpunkt für mein tuning zu bekommen aber wichtig ist jetzt erstmal dass der druck möglichst gleich bleibt das heißt du darfst jetzt während du gleich die schrauben anziehst nicht den druck verändern denn sonst ziehen wir das fell ungleichmäßig drauf ich ziehe jetzt also einfach gegenüberliegend hier die fallen raus ich hoffe man kann das hier gut sehen ich muss jetzt hier ein bisschen gegen das licht schauen also einfach erstmal bis die falte weg ist ich nehme gerne die gegenüberliegende seite es wird auch manchmal gezeigt einfach rundherum aber ich habe hier so ein bisschen den glauben dass ich das noch das fell noch gerade auf den kessel zieht das war es jetzt schon für diese seite manche zeigen das auch so mit dem handballen aber man sieht das hier ganz gut für so ein kleines tom gerade ist mir das zu wenig platz zum hantieren und ich sehe die falten nicht richtig also von daher mag ich das gerne so aber ist natürlich auch okay und noch eine fehlerquelle die manchmal passiert wenn ich jetzt je nach trommelgröße hier über kreuz schon angezogen habe kann es passieren dass bei der vorletzten oder letzten schraube schon nicht mehr wirklich falten zu sehen sind dann habe ich entweder schon am anfang zu fest finger tight gedreht oder aber hier zu viel raus gedreht also wirklich nur so dass die falten gerade weg sind und dann mache ich das nach gefühl also sprich ich versuche hier so viel anzudrehen in etwa wie bei den anderen fällen das kommt auch einfach wenn du es ein paar mal gemacht hast aber hier keine angst haben einfach erst mal starten letzter punkt bevor wir die trommel umdrehen und das resonanzfeld genauso stimmen wichtig ist bei neuen fällen dass du die vordehnst damit sie länger die stimmung halten denn sonst wird die relativ schnell nach kurzer zeit spielen wieder tiefer klingen weil sich das fell erst noch hier auf den kessel setzen muss und genau anpassen muss viele machen dazu dass das sie also wie ich das in anderen in einem anderen video schon gezeigt habe den rand umstülpen also diesen rand hier nach innen drücken ich blende dir das video hier mal ein und du kannst es dir gerne danach ansehen ich mache es so dass ich hier einfach rein drücke vorsicht mit ringen und spitzen knochen dass keine druck stellen gibt deswegen lege ich dann meistens hier einfach noch was dazwischen handtuch oder decke und drückt hier richtig drauf und bei neuen fällen je nach hersteller und und methode ob es verklebt ist oder eingepresst knackt das dann und du hast einfach das fell schon wesentlich mehr gesettelt also auf die gratung des kessels hier angepasst ich persönlich mache das also mit dem vordehnen so lieber als zum beispiel die methode viele stimmen vorher erst mal das fell ganz hoch damit sie es eben auf dem fesse auf dem kessel anpasst aber das mache ich nicht weil es ist ein zusätzlicher schritt da kostet mich zeit und ich stelle mir einfach so in der theorie vor das fell ist dann genau auf den kessel angepasst aber in einer ganz bestimmten position und wenn ich runter stimme verlasse ich diese position natürlich ich verändere ja in dem feld jetzt nichts mehr dass ich drehe oder so aber das kann schon noch mal etwas unterschiedlich sein ich sehe einfach keinen sinn drin aber auch das kann man natürlich machen ich mache es gerne hier mit druck wir gehen jetzt auf die resonanz feld seite durch dieses vordehnen sollte wenn du das mal abhörst der ton dann also auch schon wieder etwas tiefer sein weil sie es eben noch etwas gesetzt und ausgedehnt hat ich drehe hier jetzt wieder ganz genauso jede stimmschraube gerade so an den spannreifen dran dass er greift wieder in etwa den gleichen druck wie gerade und ich ziehe die falten gegenüberliegend raus und das war's jetzt hören wir uns das ganze an wir haben jetzt nicht gestimmt gar nichts sondern wir haben einfach nur die falten raus gedreht klingt so was jetzt passiert ist es super dass ich es zeigen kann das tom klingt ganz gut aber man hört es scheppert irgendwas mit erst neulich hat mich jemand angeschrieben kurz vor dem verzweifeln es scheppert was mit das tom klingt gut aber was ist los für mich klingt das sofort nach einer schraube die also hier innen einer beilags schreibe die also hier innen das böckchen von außen hält und garantiert wenn ich das jetzt aufschraube ist davon eine locker wenn das der fall ist nützt alles nix ich werde jetzt das obere fell noch mal abschrauben dann nachziehen und wir sehen uns gleich wieder ich bin wieder zurück problem ist gelöst es war tatsächlich also eine beilags scheibe hier in der drommel die das störgeräusch verursacht hat ein guter tipp ist ich habe wirklich tatsächlich vergessen wenn ich also andere trommeln in der hand habe dann schlage ich mal dagegen also wenn kein fell mehr drauf ist und guck so ob irgendwas mit klappert man kann natürlich auch mal wenn man schlagzeug kauft ihnen vorsichtig einfach die kontrollieren und dann ist das thema eigentlich für immer durch hier habe ich einfach vergessen deswegen nochmal also alle hier ganz einfach wieder finger tight dass sie den spannreifen berühren in der mitte druck falten gegenüberliegend raus und wir sollten wieder in etwa einen einigermaßen vergleichbaren sound haben wir haben jetzt noch überhaupt nicht gestimmt oder irgendwas gemacht ich glaube viele verzweifelte eltern die das erste mal für ihr kind also das erste schlagzeug aufbauen und die losen fälle aus dem paket drauf schauen die sind damit schon mehr als glücklich ja und das ist völlig in ordnung also damit kann man schon spielen und es klingt wunderbar wir können das jetzt in den weiteren schritten dann einfach noch verfeinern das ganze klingt jetzt auch noch relativ tief weil ich also nicht so viel druck hier gegeben habe damit wir ungefähr hier landen und ab jetzt die nächsten schritte machen können wir hören jetzt als nächstes mal das verhältnis zwischen schlag und resonanz feld top und bottom wichtig dabei immer eine seite mit der hand hier abdämpfen und mit der anderen schlagen so dass du nicht beide fälle hörst sonst wird es unmöglich sondern wir wollen nur das eine feld hören und wir schauen mal wie wir jetzt einfach durch diese methode ich muss natürlich zweimal aufziehen aber ich hoffe es ist in etwa in der nähe wir hören mal also das schlagfell ist hier ein bisschen tiefer für mein empfinden man muss auch bedenken wenn man verschiedene fälle drauf hat zum beispiel hier doppellage hier einlage ich kann das auch täuschen ja also immer nur nicht auf den anschlag sondern auf das ausklingen auf den eigentlichen ton hier hören grundsätzlich gibt es von der natur der sache her einfach nur drei möglichkeiten wie man das ganze jetzt angehen kann wir blenden mal die tatsache aus konzert toms also zum beispiel wie das jeder wahrscheinlich von phil collins kennt der einfach konzert toms hat das heißt keine resonanz fälle und keine spannböckchen hier unten man kann das auch mit normalen tom machen indem man einfach das unteren feld abschraubt oder so wie ich das hier bei meiner 20 zoll gong drum gemacht habe das normale bass drum ohne resonanz feld also das ist klar dann stimmen wir nur das schlagfell weil es einfach nur das gibt aber in dem moment wo ich zwei fälle im einsatz habe kann ich die gleich stimmen dann habe ich einen gleichmäßig ausklingenden ton das sogenannte sustain du du oder aber ich stimme das unteren feld etwas höher das bewirkt dass der ton etwas der ausklang etwas kürzer wird es klingt also schneller aus warum weil einfach die fälle nicht mehr gleich schwingen wie vorher bei der gleichen stimmung sondern die haben ja unterschiedliche spannung und schwingen deshalb unterschiedlich der ton geht dann wenn das unter das resonanz feld etwas höher gestimmt ist etwas nach oben also du 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 wenn ich im anderen fall etwas tiefer unten stimme wird der ton auch etwas kürzer und es geht nach unten etwas also du 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 es ist also kein hexenwerk aber ich kann damit etwas den sustain ohne dass ich gleich dämpfe oder irgendetwas von von außen anbringen durch stimmen verkürzen und ich kann auch auf das ausklang verhalten was die tonhöhe betrifft einfluss nehmen viele schlagzeuge bevorzugen die variante unten etwas höher zu stimmen das ist so von der höher ästhetik her irgendwie ein bisschen natürlicher vielleicht es wird immer gesprochen von bestimmten intervallen also terz unten höhe quarte höhe kann man alles machen ist mir jetzt hier aber viel zu kompliziert du kannst das einfach selbst mal ausprobieren mit ganz kleinen schritten rundherum jede stimmschraube gleich wenn du an diesem punkt wo wir jetzt sind bist mal hoch zu gehen und zu gucken was macht das also wird der ton kürzer und gefällt mir das besser ich werde jetzt immer so belassen beziehungsweise versuchen noch ein bisschen anzugleichen mir ist der sound fast noch ein bisschen zu tief und das untere ist höher haben wir festgestellt also gehe ich oben ein kleines bisschen noch hoch und versucht etwas anzugleichen damit beide fälle gleich sind und der längstmögliche ton zu hören ist einfach rundherum ganz kleine schritte also ich habe das so ziemlich hier im gefühl einfach ja dass es immer gleich ist noch mal abhören immer noch wir hören noch mal rein also nicht hundertprozentig gleich aber für mich völlig okay der ton sollte also jetzt ziemlich auf eine ebene bleiben und ziemlich lang klingen ok im nächsten schritt gehen wir ans fein tuning wo wir jetzt also diese kleinen ungereimtheit und störgeräusche die wir noch hören raus stimmen dazu noch der tipp die decke von vorhin lege ich jetzt also auf den drum hocker hier damit das untere fell wenn ich jetzt oben arbeite und abhörer immer abgedämpft ist also wenn du ein hocker hast bei größeren toms der hier reinpasst brauche ich das natürlich nicht aber ich habe mir das so angewöhnt denn das ist schonend hier fürs fell ich habe hier also immer das einfach nur leicht abgedämpft denk in diesem zusammenhang auch dran dass natürlich sich auch enorm das spielgefühl und der rebound ändern je nachdem wie du das verhältnis hier zwischen top und bottom eben verteilt und wie hoch du grundsätzlich von der stimmung her bist also viele bevorzug zum beispiel oben höheres tuning damit sie noch rebound haben und versuchen dann über das untere fell wie wir das jetzt besprochen haben den ton noch entsprechend sound mäßig anzupassen von der höhe her aber ich persönlich mag gern diese gleiche stimmung auch wenn der ton noch jetzt ziemlich lang ist wir können das jetzt mit abdämpfen lösen oder eben auch noch mit höher stimmen dazu kommen wir gleich aber es geht hier natürlich nicht darum dass du meinen sound oder meine vorstellung auch wie sie am drum set ist umsetzen sollst sondern du musst einfach die grundprinzipien verstehen und ein bisschen einfach hier die vorgehensweise und dann deinen eigenen sound finden der für dich passt es geht für mich also auch darum einfach den sound wieder reproduzieren zu können und vor allem dass du die kontrolle darüber hast und einfach weißt was du tun musst wenn du was verändern willst wenn dir das so gefällt dann dann war es das dann kannst du an dieser stelle stoppen wenn du jetzt bevor wir ins feintuning gehen einfach hier noch was an der tonhöhe machen willst und suchst du dir zwei stimmschrauben aus wichtig ist dass das verhältnis jetzt gleich bleibt das heißt ich nehme die hier oben und dann auf der unterseite die gegenüber liegende schraube und drehe jetzt einfach mal eine halbe umdrehung hoch das gleiche hier unten also klingt immer noch okay wenn das verhältnis hier bleibt ok diese hier war es ich gehe die halbe wieder runter bin also in etwa wieder da wo ich war und jetzt gehe ich eine halbe mal nach unten von der ausgangssituation ok was jetzt passiert ist jetzt fängt fangen die fälle an sich hier zu beschweren denn ich bin jetzt einfach zu tief also hier werden wir jetzt schon wieder falten haben sieht man in der kamera hier weil einfach die grundstimmung zu tief war aber kein problem jetzt müsste ich eben insgesamt dann noch anpassen wenn ich hier tiefer will und nicht nur an dieser einen schraube aber grundsätzlich funktioniert das je nachdem wie hoch dein grund tuning ist auch wunderbar mit einer stimmschraube ich persönlich mache das nicht einfach aus dem grund ich mag es lieber wenn alle gleich gestimmt sind weil ich einfach vorher schon weiß welchen sound ich haben will und jetzt selten sind der situation bin dass ich so schnell um stimmen müsste aber für dich einfach als tipp es funktioniert wir sind also wieder in unserer grundstimmung nochmal der beweis hier dafür wie wichtig das resonanz feld ist ich nehme jetzt mal eine stimmschraube und drehe die hier locker wir hören es uns an das ist jetzt gar nicht mal tragisch aber es ergibt sich dann so ein ungleichmäßiges aufschwingen je nach trommelgröße unterschiedlich gravierend aber klar zu hören dass dieses gleichmäßige ausschwingen jetzt weg ist schon habe ich es also wieder im griff wenn ich das wieder anpassen jetzt endlich zum fein tuning und zwar zu dem berühmten und gefürchteten abhören der einzelnen stimmschrauben gleich vorweg es muss nicht an jeder stimmschraube gleich klingen damit die trommel gut klingt hier meiste mal ganz ehrlich du kannst ja nicht einfach solche sachen behaupten die dann gar nicht so sind 100 jahre erfahrung der menschheit mit einem schlag so um hier nichts dir nichts wegwischen die leute flippen aus in den kommentaren hier wichtig ist für mich dass das fell in sich und in verbindung mit dem kessel optimal schwingt und wenn das an jeder stimmschraube gleich sein müsste gleich klingen müsste dann wären wir in der theorie so dass alles 100 prozent perfekt ist also der kessel ist 100 prozent perfekt rund die gradung ist perfekt der spannreifen ist absolut überall perfekt rund und gleich in form all diese faktoren das ist aber in der praxis nicht so sondern wir haben unterschiedliche fälle die unterschiedliche fertigungstoleranzen haben wir haben spannreifen die sich leicht mal verziehen können wir haben kessel aus holz also auch hier ist bewegung im material je nach temperatur und feuchtigkeit und so weiter also das einfach mal nur nicht als große weisheit aber als entspannung und als wichtige erkenntnis für dich um diesen druck mal rauszunehmen denn wie viel leute haben schon unglaublich viel zeit damit inklusive mir verschwendet hier stundenlang abzuhören und dann zu denken geht das nur mir so ich höre hier absolut überhaupt nichts mehr und alle anderen hören das irgendwie besser das ist nicht der fall und es ist auch nicht nötig aber wenn wir das mit dieser methode bis hierhin aufgezogen haben können wir jetzt einfach mal reinhören und dazu empfehle ich dir so ein soft mallet denn wir wollen ja auf den sustain auf diesen ausklingenden kesselton hören und nicht auf den attack auf den anschlag und das wird viel leichter hier mit so einer weichen oberfläche wir hören mal rein okay wenn du das nicht genau hörst an der position wo du sitzt das gesehen ich bin hier auch ein bisschen zur seite dann ist mein tipp also wirklich die ohren mal in die position zu bringen etwas das zu verändern wo du das ausschwingen durch die volle bandbreite der frequenzen besser hörst ich höre also hier in dem raum jetzt wenn ich so sitze das ganz schlecht bis gar nicht deswegen wenn ich hierhin gehe höre ich das viel besser und da höre ich raus dass und das ist oft so hier wenn man das so wie wir jetzt gut vorbereitet und aufgezogen hat das ist einfach nur eine stimmschraube und die jeweils gegenüberliegende ist denn das beeinflusst sich gegenseitig also für mich sind diese beiden etwas tiefer bei größeren trommeln mit mehr stimmschrauben sind es häufig nicht nur zwei sondern vier also zwei und zwei gegenüberliegende und so findet man mit der zeit ganz gut hier raus dass es dass man also nicht alle einzeln angreifen muss und ich gehe jetzt mal her und versuche die mit den kleinen schritten mal an anzugleichen hier wäre ich für mich fertig das ist nicht perfekt aber mir reicht das aus so jetzt ist natürlich unser verhältnis weil wir etwas jetzt nach oben gestimmt haben man soll immer lieber nach oben stimmen weil sich eben das fell besser anpasst ich finde man kann auch nach unten stimmen aber das ist auch so eine bekannte grundregel dadurch dass ich jetzt hier mit dem schlagfell wieder etwas höher bin durchs anpassen stimmt natürlich mein verhältnis nicht mehr also unten viel tiefer aber das macht nichts denn das gleiche machen wir jetzt unten und jetzt siehst du auch warum ich mit meiner grundstimmung noch etwas tiefer geblieben bin weil ich eben weiß okay im fein tuning gehe ich leicht nach oben interessant jetzt haben wir den fall umgekehrt auch das ist möglich diese beiden stimmschrauben sind etwas höher als die anderen also ich versuche immer herauszufinden gibt es irgendeine stimmschrauber oder möglicherweise zwei die raus stechen und höher sind oder die tiefer sind also die einfach in irgendeine richtung raus stechen das heißt ich gehe jetzt wieder der grundregel folgen nach oben etwas mit diesen beiden stimmschrauben die tiefer geklungen haben und achtet dabei natürlich auch immer wie fest muss ich drehen klar jedes gewinde ist anders vielleicht sind die schrauben bisschen verrostet also ich kann hier nicht danach gehen deswegen halte ich auch nicht viel von drehmomentschlüsseln auch da ist es nicht überall gleich aber trotzdem wenn ich hier merke dass irgendeine stimmschraube völlig zu fest oder zu leicht sich drehen lässt dann stimmt möglicherweise was nicht so nochmal hören so würde ich es erstmal lassen jetzt müssen wir nochmal das verhältnis checken jetzt bin ich unten etwas höher durch das hoch stimmen aber ich gehe jetzt mal ziemlich gleich und wir hören rein wie es jetzt klingt also wir reden davon wir haben hier ein einsteiger tom ich finde dafür ist das ergebnis sehr sehr gut also mach auf jeden fall keine raketenwissenschaft raus du siehst alles was ich bis jetzt gemacht habe ist völlig machbar für jeden und natürlich am ende habe ich jetzt oft hier noch kleine schritte gemacht und was angepasst dazu brauchst vielleicht ein bisschen erfahrung dass man dann genau weiß lohnt sich der schritt noch oder sollte ich das tun aber es klang auch ohne das schon gut und natürlich wirst du da im laufe der zeit immer besser ein ganz wichtiger tipp von mir hierzu ist je mehr du jetzt nach diesem gleichmäßigen aufziehen nach dem falten rausziehen und etwas anpassen an den einzelnen stimmschrauben rumdrehst desto mehr entfernst du dich von diesem schönen ausgewogenen gleichmäßigen verhältnis und das ist oft auch der fehler dass wir zu lange rum stimmen und irgendwann natürlich so aus dem gleichgewicht sind denn jede einzelne stimmschraube beeinflusst ja auch die anderen also das heißt wenn du mal nicht mehr weiter kommst ist der beste tipp verschwende keine zeit geh wieder runter auf den nullpunkt und fang von neuem an das ist viel schlauer als wenn du ewig nach irgendeiner eine fehlerquelle suchst und hier lange hörst also wenn ich zu jemand anderem komme und das trams jetzt stimmen soll mache ich es meistens tatsächlich so also ich spiele es mal an und höre was da los ist aber in den meisten fällen ist das dann der bessere weg hier nochmal von null zu starten weiterer vorteil du übst dadurch einfach das stimmen und das aufziehen und kriegst eine tolle stimmerfahrung die du sonst vielleicht nie hättest erst jetzt ist der punkt gekommen wo ich irgendwie mal über dämpfen nachdenke denn es kann sein der toningenieur bittet mich drum live oder beim aufnehmen der raum erfordert es oder ich möchte einfach ein bisschen trockeneren kurzeren abgedämpften sound haben dann kann ich das jetzt mit tollen hilfsmitteln in kleinsten abstufungen eben machen vom kleinen gaffer tape aufkleber ich zeige es gleich wie ich das mache über moonjeels labglät diese silikonblättchen hier bis zum auflegen von einem handtuch für den beatles sound also diese ganzen abstufungen aber das ist für mich sinnvolles sound kontrollieren durch abdämpfen und eben nicht sound retten indem ich irgendwas drauf klebe weil es sonst nicht gut klingt das ist ein riesenunterschied also das ist unsere gerade gestimmte ausgangssituation ich mache jetzt hier mal ein kleines stück ich hoffe man sieht es hier von diesem gaffer gewebe klebeband ab und dann mache ich daraus hier einfach mal so ein eine kleine wulst sozusagen nach oben das sieht dann so aus das kann dann hier mit schwingen und klebt das hier drauf das ist jetzt schon relativ viel also das kann man auch noch weniger machen je nachdem schon ein super kontrollierter sound hier nochmal der unterschied also dieser basketball effekt oder wie auch immer man es nennen will dieses flattern ist weg noch ein bisschen mehr wäre hier dann sowas ich nehme mal hier so einen kleinen silikon silikon so ein kleines plättchen sieht dann so aus also ist auf jeden fall gleich eine stufe mehr ich mache hier übrigens das wovor viele schlagzeuge und auch tontechniker albtraum mäßig angst haben weil zu viel mitschwingen könnte und zu viele störgeräusche sind aber ich liebe es also einlagige klare fälle oben und unten gleich gestimmt komplett offenes tuning keine dämpfung es sind keine gates auf den mikrofonen überhaupt nichts für mich klingt dadurch das ganze drum set eben wie ein instrument alles schwingt mit ähnlich wie das beim klavier ist das schwingen auch alle seiten dann mit aber natürlich passt es nicht immer und nicht für alles und eben dann kann man über weitere dinge zum beispiel wie andere fälle nachdenken also wenn ich es hier etwas mehr abgedämpft brauche verwende ich vielleicht coded fälle kann man auch unten machen und schon ist das ganze etwas trockener etwas abgedämpft dann nächster schritt doppellage gefälle mehr haltbarkeit fetterer ton also all diese abstufungen sind dann jederzeit möglich wir machen gleich noch einen blindtest mit dem tuneboard stimmgerät aber du kannst noch mal kurz reinhören in meinen drum sound das was du hörst ist wirklich genau das was ich in diesem video dir gerade gezeigt habe ich habe also die falten rausgezogen einmal kurz drüber abgehört und alles aufgehängt die toms sind weder aufeinander irgendwie tonal abgestimmt das könnte man natürlich jetzt im weiteren verlauf machen wenn ich genaue töne haben will die intervalle zwischen top und bottom in diesem fall all das ist hier nicht passiert nur das mit allen drommeln auch die bass rom hat diese fälle und ist genauso bestimmt klingt dann so ich weiß das video ist jetzt schon lang und ich will den rahmen natürlich auch nicht sprengen aber du siehst mir macht das einfach spaß und ich liebe dieses thema und freue mich wenn jemand anderes auch seinen sound verbessern kann ich komme gleich noch auf meine mission die ich im letzten video schon vorgestellt habe aber vorher hören wir mal rein nur interesse mäßig wie gut haben wir jetzt von hand oder über ohr ohne hilfsmittel ohne stimmgeräte eigentlich gestimmt sind wir mit den einzelnen stimmschrauben sehr weit weg ich garantiere dir ich hatte den tuneboard heute noch nicht an und das ich gehe davon aus dass sie alle schon sehr gleich sind aber wir schauen sie uns mal an ok es sind zwei schrauben hier ist jetzt für mich auch hörbar vielleicht hat sich noch irgendwie jetzt an angeglichen aber das ist für mich hier das was der tuneboard gut kann nämlich feintuning jetzt sieht man auch schön ich habe jetzt nur die beiden ein bisschen hoch gezogen und schon gehen natürlich auch die anderen mit hoch aber liebe leute toleranz von ein bis zwei herz hier völlig in ordnung an sich glaube wenn wir zehn minuten spielen ist das hier schon wieder verändert das gleiche unten wir waren jetzt in etwa bei 250 hertz interessant wäre jetzt wie sind wir hier also wunderbar es hat funktioniert einfach nur über gehör über diese einfache methode in so genaue ergebnisse zu kommen das wird bestimmt nicht jedes mal auch bei mir nicht funktionieren und auf anhieb aber es lohnt sich wirklich so mal ranzugehen und solche hilfsmittel sind natürlich wunderbar wenn ich jetzt zum beispiel form neuen video hier was ich für dich auf youtube mache noch mal checken will dann hänge ich kurz dran und schaue einfach a ok und bin schneller als wenn ich das per ohr machen also das ist ein tolles hilfsmittel aber natürlich nicht das allheilmittel und es bringt mir nichts wenn ich nicht vorher diese zusammenhänge verstanden habe aber da gehen wir an anderer stelle rein und zwar diese methode funktioniert aber es gibt natürlich noch viel mehr möglichkeiten wissen tipps und tricks dazu und genau darüber möchte ich einen video kurs zum thema stimmen und sound für dich machen alle infos darüber findest du in diesem video etwa ab der hälfte es gibt kapitel klick dich mal durch stelle ich also diese mission vor ich brauche also deine hilfe deine fragen zum thema sound and tuning die größten probleme schau dir dort mal die kommentare an schreibt gern unter diesem video vielen dank dafür vorab alles gute und wir sehen uns im nächsten video